Neukirch Kennen Sie Neukirch, der berühmteste Ortsteil von Vortrein? Der höchste und der wichtigste Ortsteil von Vortrein. Denn dort singt der berühmteste Chor von Vortrein. Mit Letizia, mit Freude. Ja, auch hier war es die Freude am Singen, die vor nunmehr 14 Jahren einige Neukircherinnen und Neukircher zusammengebracht hat. Die waren ja auch nicht so weit auseinander. 1996, aus einem lockeren Singkreis, der sich aus der Vorbereitung einer Erstkommunionfeier ergeben hatte, schlossen sich diesem Chor, diesem Singkreis, immer mehr Sängerinnen und Sänger an. Im Jahr 2000 wurde daraus ein eingetragener Verein. Ordentlich an. Mit Regina Aust... Mit Regina Aust fand der Letizia vor, eine mitreisende, professionelle Leiterin voller Temperament, mit der zusammen Gospels, Spiritals und geistliche Lieder erarbeitet werden. Inzwischen gehören annähernd 40 Freunde des Gesangs zur aktiven Stammbandschaft. Nach unserem ersten Chorissimo-Konzert 2008 rief mich der Franz an. Und sagte, wir waren da, bei Chorissimo, und es hat uns so gut gefallen. Und nun überlegen wir, wie es wohl wäre, selbst an einem solchen Ereignis teilzunehmen. So, liebe Letizianer, jetzt könnt ihr erfahren, wie das ist. Viel Spaß! Und nun überlegen wir, wie das ist. Und nun überlegen wir, wie das ist. Ich seh die Linger auf Zeige. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus